Es gibt immer etwas Wahnsinniges in der Liebe, aber auch immer etwas Vernünftiges. Ganz gleich, ob wir uns Mulan anschauen, Romeo und Julia, König der Löwen, Pinocchio oder, 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 ja, selbst auch bei Die Schöne und das Biest. Alle Geschichten, die wir auch teilweise sogar im Radio hören, in den ganzen Lyrics, handeln immer um das Thema, zwei Menschen kommen zusammen oder zwei Völker kommen zusammen. Es geht immer um das Thema Liebe. Und genau das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute anschauen, was Liebe überhaupt bedeutet, woher es kommt, evolutiv, biologisch. Wir werden uns den intellektuellen Part der Liebe anschauen. Warum überhaupt Liebe und was sind die Schattenseiten der Liebe? All das werden wir uns heute angucken und ich freue mich tierisch drauf, was du zu dieser Folge sagen wirst, weil sie ist eine der meistgeklicktesten Folgen überhaupt. Hier auf diesem Podcast vor einigen Jahren habe ich damals eine Liebes-Podcast-Folge gemacht und heute werden wir das Ganze mal auf den Kopf stellen und das Ganze auch ganz anders angehen. Denn damals ging es hauptsächlich um das Thema auch Trennung und wie ich mit Trennung umgehen würde oder auch umgegangen bin. Und heute wird es etwas erweitert, etwas größer gemacht, das Thema. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie gesagt, was deine Gedanken dazu sein werden. Kommentiere es auch gerne, schreib mir gerne auf Instagram oder auf anderen Plattformen wie YouTube, was deine Gedanken dazu sind, weil je mehr ich weiß, was du dir vorstellst, was du dir wünschst, desto eher kann ich darauf eingehen. Und ein großer Part von dem Thema Liebe ist natürlich auch, den anderen zu verstehen, verstehen zu wollen, ihn auch irgendwo zu imitieren oder auch seine Wünsche und Bedürfnisse herauszuziehen. Und wie das geht, das erfährst du unter anderem auch, kleiner Ausreißer hier, bei einem Workshop bei mir, denn da geht es um das Thema, was die Liebe an sich auch verhindert und zwar Streit. Und wenn du nicht mit Streit umgehen kannst, kannst du nicht auf die Wünsche eingehen. Das heißt, wenn du hier gerade zuhörst, solltest du unbedingt mal mich auf Instagram anschreiben oder unter meiner Website schauen, denn da findest du unter anderem auch einen Link zu dem neuen Workshop Streit muss nicht sein. Aber das zu dem Thema, jetzt kommen wir zu dem Hauptpart und zwar, was ist denn Liebe, woher kommt sie und wie gehen wir damit um? Wir starten mit dem größtmöglichsten Thema überhaupt, woher kommt die Liebe und zwar aus der Evolution heraus. Und ich werde dir ein paar Punkte hier aufsagen, ich habe acht Punkte aufgeschrieben, die ich sehr faszinierend fand. Und diese Themen, die sind so wertvoll. Wenn du verstehst, woher diese Liebe kommt, was sie zu bedeuten hat, was sie in unserer Evolution überhaupt bezwecken wollte, wirst du auch verstehen, warum du nach der Liebe dich auch sehnst. Und deswegen, erster Punkt hier, Bindung und Fortpflanzung. Das ist wahrscheinlich das Erste, was jedem irgendwie einfällt. Die Liebe kann als Mechanismus dienen, um die Bindung zwischen Partnern zu stärken, was die Chancen auf erfolgreiche Fortpflanzung und das Überleben des Nachkommens überhaupt erhöht, überhaupt möglich macht, wohlgemerkt. Weil oftmals entstehen Kinder nicht aus dem Mangel heraus, dass wir zu wenig Kinder haben, sondern aus der Liebe zu jemandem, weil wir sagen, wow, mit dieser Person will ich Kinder haben. Die emotionale Verbundenheit und Fürsorge zwischen Eltern kann dazu beitragen dann auch noch, dass sie sich in dem Fall um ihre Kinder kümmern und dass das Kind dann auch überleben kann, ihnen sozusagen eine bessere Überlebenschance bieten kann. Das ist was unglaublich Tolles. Aber du hast auch schon rausgehört, es geht nicht nur um die Kinder selbst, sondern es geht um die Paarbindung selbst. Das ist der zweite Punkt hier und zwar soziale Unterstützung, Paarbindung. Liebe kann auch die Paarbindung stärken und langfristig Partnerschaften überhaupt fördern. Nun ja, eine stabile Partnerschaft bietet Vorteile wie soziale Unterstützung, Zusammenarbeit, bei der Nahrungssuche und vor dem Schutz, vor Bedrohung. Das kann den individuellen Überlebens- und Fortpflanzungserfolg überhaupt auch erhöhen. Du hörst auch schon raus, die ersten paar Punkte, die wir hier nennen, sind oftmals auch kalt. Lass dich bitte nicht davon abschrecken, weil wir kommen noch viel, viel näher zu den Emotionen, weil Emotionen sind leider Gottes eine Notwendigkeit in der Evolution, die uns gut fühlen lassen und schlecht fühlen lassen. Es sind hormonelle Bedingungen mit dabei, auf die wir auch gleich eingehen werden. Aber Nummer drei wird auf jeden Fall wesentlich interessanter für dich dann sein. Denn Nummer drei, warum wir evolutiv überhaupt Liebe entstehen lassen haben oder die Natur uns Liebe geschenkt hat, ist genetische Vielfalt. Eine Theorie zum Beispiel sagt auch, dass die Liebe dazu dient, genetische Vielfalt zu fördern. Indem sich Menschen zu verschiedenen Partnern hingezogen fühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Gene kombiniert werden, was wiederum die genetischen Vielfältigkeiten und die Anpassungsfähigkeit der Nachkommen erhöht. Emotionale Bindung, das Nummer vier, und Kooperation ist auch ein weiterer Punkt. Die Liebe kann auch die emotionale Bindung und die Kooperation zwischen Menschen fördern. Durch die Entwicklung von Liebe und Fürsorge für andere Mitglieder der Gruppe oder Gemeinschaft kann die Zusammenarbeit gestärkt werden, was wiederum Vorteile für das Überleben und den Wohlstand der Gruppe bringt. Und dadurch entsteht natürlich auch ein wundervoller Part, den ich nicht ignorieren mag, des nächsten paar Punkte, der biologische Part. Hormone, wie beispielsweise Oxytocin und Vasopressin, spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Bindung und Intimität. Das musst du unbedingt wissen. Das ist evolutiv halt natürlich auch einen Schritt weiter. Oxytocin wird oft als Kuschelhormon zum Beispiel bezeichnet. Das habe ich sicherlich auch ein paar Mal hier schon in dem Podcast oder auch auf Instagram und auf Social Media erwähnt. Und da ist Gefühle der Nähe, Bindung und Fürsorge verstärkt. Vasopressin ist mit dem Paarbindung und der monogamen Partnerwahl sehr stark verbunden. Es hat auch andere Inhalte und generell wirkt Oxytocin und Vasopressin natürlich auch in vielen anderen Bereichen in unserem Körper und unserem Geist. Aber das hat auch ganz, ganz, ganz viel damit zu tun. Nummer zwei oder in dem Fall Nummer sechs von dieser Liste der Evolution sind generelle Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin. Die sind nämlich an der Regulierung von Emotionen und Belohnungssystemen beteiligt und werden mit der Verliebtheit und der intensiven Anziehungskraft in Verbindung natürlich auch gebracht. Dopamin spielt eine zentrale Rolle bei der Belohnung und Motivation. Und es wird angenommen, dass es während der Verliebtheitsphase vermehrt ausgeschüttet wird. Schön ist natürlich auch hier zu wissen, dass diese Verliebtheitsphase, ich glaube, das hat Jay Shetty mal gesagt, da ist noch ein gewisser Punkt mit dabei, den wir unbedingt erwähnen müssen. Bevor ich hier weiter sozusagen diese fachlichen Komponenten aufzähle. Verliebtheit und Liebe, das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Es liegen Welten dazwischen. Am Anfang ist man nervös auch, man ist gestresst, man kennt die Person nicht, man will sie kennenlernen, da ist Stress mit dabei und auch Liebe. Und nach und nach, wenn man dann die Person kennt oder kennenlernt und dieser Stress dann geht, bleibt nur noch dann Liebe da. Was wir also folglich verwechseln, wenn die Verliebtheit weg ist, dann wir verwechseln sozusagen diesen Rausch mit etwas Gutem. Dabei ist der Rausch, die Liebe hinter dem Stress und der Stress macht dieses Rauschen so unangenehm. Und dann verbinden wir das Unangenehme mit dem Angenehmen. Wenn aber dieses Rauschen gegangen ist und du die Liebe nur noch da hast, dann solltest du dich abschrecken lassen. Das Abenteuer kannst du immer noch weiterhin bestehen lassen, indem du es selbst generierst. Alles andere ist natürlich auch so eine Farce, weil wenn du es dann gehen lässt, nachdem du verliebt warst, dann magst du mehr den Stress als die Liebe. Also guck mal danach, ob es bei dir so natürlich auch so ist. Okay, also der nächste Part, den ich auch sehr faszinierend fand, war natürlich auch Part Nummer 7. Die Gehirnscans zeigen ganz klar, dass während der Phase der Verliebtseins bestimmte Hirnregionen wie ja, präfrontaler Cortex oder Nucleus Akumbens, so richtig ausgesprochen, aktiviert werden oder aktiviert sind. Diese Regionen sind mit dem Belohnungssystem, dem emotionalen Erleben und der Entscheidungsfindung stark verbunden. Das siehst du auch, da passiert einiges, wenn Liebe aktiviert ist. Und natürlich auch, last but not least, den ich immer wieder erklärt habe, die biologischen Grundlagen der Liebe können als Ergebnis der evolutionären Anpassung betrachtet werden. Wie bereits erwähnt, können die Bindungen an einen Partner, die Fürsorge für Nachkommen und die sozialen Unterstützungen von Vorteil sein für das Überleben und den Fortpflanzungserfolg überhaupt. Ich finde an sich diese Parts extrem wertvoll, weil wir dann nicht einfach nur die Bindung in der Romanze finden, sondern auch unsere Vorfahren, die ja Millionen Jahre lang diese Struktur mitgegründet haben, uns gebaut haben. Und heute stehen wir da und treten teilweise diese Liebe oder diese evolutiven Ergebnisse mit Füßen, weil wir damit Schwierigkeiten haben. Das ist keine Ahnung, was vor 40 Millionen Jahren überhaupt so passiert ist. Ob Liebe genau das Gleiche war wie heute, ob es diese geistige Ebene auch hatte, ob wir Romeo und Julia erst später entwickeln konnten, gerade weil die Liebe viel, viel grober war, nicht so detailliert, nicht so kognitiv. Wir romantisieren viele Dinge und gegen Ende sind das in sich auch einfach Impulse und wir nennen sie auch teilweise auch nur Instinkt. Aber ja klar ist es ein Teil des Instinkts. Ja, es ist eine Art von Trieb, der dahinter steckt und wir romantisieren ihn, damit wir nicht so animalisch sind. Aber gegen Ende sind wir Tiere. Gegen Ende handeln wir auch wie Tiere. Wir haben nur eine andere Krone auf als Tiere und wir denken und sehen die Welt natürlich auch durch andere Gläser, durch andere Perspektiven, was einerseits vorteilhaft ist und andererseits, naja, etwas schwierig. Aber jetzt kommen wir zu dem geistigen Part der Liebe. Inwieweit ist es intellektuell zu greifen und was bedeutet das überhaupt? Die Liebe könnte vielleicht sogar als Instinkt betrachtet werden. Was wir gerade ausführlich formuliert haben, dass das Individuum und die Art, die Gattung damit erhalten bleibt. Aber nicht nur durch die Fortpflanzung, sondern auch durch Gruppierung. Durch, wenn ich zum Beispiel ein Waisenkind aufnehme, kann ich es trotzdem lieben. Das Nachbarskind kann ich in mein Herz schließen, weil ich dann sehe, weil es Hilfe braucht, weil die Eltern nicht so oft für dieses Kind da sind. Es kann sein, dass ich den älteren Herren gegenüber, meinen anderen Nachbarn, auch lieben lerne, weil er mir so viele schöne Geschichten erzählt und ich merke, dass er auch Hilfe braucht und ich für ihn da bin. All das kann durch Liebe passieren. Ja, dieser Fortschritt kann aufrechterhalten bleiben, der Fortschritt des Lebens wohlgemerkt, weil es eine treibende Kraft in uns hat. Etwas existiert in uns und das könnte diese Liebe sein. Liebe als Antrieb oder als Trieb sogar der Selbsterhaltung durch soziales Engagement. Nummer zwei der geistigen Ebene der Liebe. Liebe ist vielleicht ein Wunsch nach Vollkommenheit. Ich betone hierbei, dass die Liebe auch ein Wunsch nach Ergänzung ist. Was ich gerade gesagt habe, Vollkommenheit. Was bedeutet das? Wenn Menschen sich verlieben, suchen sie oft nach einer Ergänzung, die ihre eigene Unvollkommenheit ausgleicht. Und wir wissen alle, dass wir unvollkommen sind. Einerseits können wir uns natürlich auch fragen, wow, woher wissen wir das, weil wir andere Menschen vielleicht sehen, aber in uns spüren wir etwas ganz, ganz Großes. Da gibt es eine tolle Geschichte und zwar eine Geschichte von dem alten Griechenland in der Antike aus den Sagen, aus der Mythologie. Es gab damals einen Kugelmenschen, einen Kugelmenschen, der vier Arme und vier Beine hatte und zwei Köpfe. Und dieser Mensch wurde geschaffen oder erschaffen von Zeus. Und Zeus wiederum hat dieses Wesen sehr mächtig erschaffen. Und dieses Wesen, dieser Kugelmensch, wusste, dass er sehr stark war. Und deswegen griff er eines Tages den Olymp an, weil er, naja, größtenwahnsinnig wurde. Oder und seine Macht, die ihm über den Kopf stieg. Zeus war sehr erzürnt, deswegen nahm er diesen Menschen und spaltete ihn mit seinem Donnerkeil in zwei. Und nahm die Haut dieser zwei, jetzt mittlerweile halbe Kreaturen, vom Rücken und bindete diese Haut vorne dran zu seinem Nabel. Und jetzt hattest du da zwei Menschen, die kein Glied hatten. Die hatten keine Mumu und kein Bibi. Und die wanderten umher und suchten die ganze Zeit nach ihrem Gegenstück, weil sie konnten nicht mehr jagen, sie konnten nicht mehr sein ohne das Gegenstück. Und so erschuf, weil diese halben Kugelmenschen, diese halben Kreaturen, diese Menschen starben, so erschuf Zeus die Glieder, also folglich Penis und die Mumu. Und was ist dadurch passiert? Sie konnten sich wieder vereinen. Und diese Vereinigung, das war sozusagen so eine Art von Liebeserklärung von Plato an die Menschheit, so entstand sozusagen der Mensch und wenn er seine andere Hälfte findet, dann fühlt es sich wieder vollkommen. Also dieser Wunsch nach Vollkommenheit, der kommt nicht von ungefähr. Und der wurde schon vor tausenden von Jahren auch von anderen Philosophen so schon mal formuliert, was ich sehr, sehr schön fand. Und ja, Nummer drei. Liebe als Quelle der Leidenschaft. Die Leidenschaftlichkeit der Liebe und die damit verbundene Kraft werden betont, werden stets betont in so vielen Schriften. Liebe kann als intensives Verlangen und emotionale Energiequelle dienen. Nummer vier. Liebe ist vielleicht sogar eine Illusion. Es gibt eine Skepsis gegenüber romantischen Vorstellungen von Liebe. Eine generelle Skepsis in der intellektuellen Welt. Viele Aspekte der Liebe werden als Illusion zum Beispiel betrachtet. Dazu kommen wir nochmal später, die durch gesellschaftliche Normen und persönliche Projektionen entstehen. Muster zum Beispiel. Ich liebe die Person vielleicht nicht, sondern ich liebe mich darin. Ich liebe die Vorstellung, dass wir eines Tages zusammen sind und etwas Größere sind. Ich liebe es, dass die Person meine inneren Schwächen nochmal unterstreicht und ich sie dadurch natürlich auch weiterhin am Leben erhalte. Und all das kann dadurch passieren. Nummer fünf. Liebe ist als Machtspiel zum Beispiel zu sehen. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil, naja, Man kann die Möglichkeit immer in Betracht ziehen, dass Liebe als Mittel zur Ausübung von Macht genutzt werden könnte. Was ich damit meine, inzwischen menschlichen Beziehungen kann Liebe zur Manipulation oder zur Kontrolle verwendet werden. Siehe zum Beispiel viele Opfer von Narzissmus. Ja, wie sie sich auch dementsprechend als Opfer sehen, weil sie manipuliert wurden, weil sie gedacht haben, sie werden gerade geliebt. Also folglich ist es nicht nur ein evolutives Mittel, um sich zu verbinden im Positiven, sondern natürlich auch kann es in die andere Richtung gehen. Das können wir herausfinden durch die intellektuelle Ebene. Ja. Nummer sechs. Liebe wird als Quelle der Inspiration und Kreativität betrachtet. Durch Liebe können neue Ideen, Kunstwerke und kreative Ausdrucksformen in überhaupt entstehen. Expressionismus hat ganz viel auch damit zu tun. Wir sehen Liebe dadurch natürlich auch als Möglichkeit, als Portal zu einem neuen Ich, weil wir uns ausdrücken. Etwas in uns drückt sich aus. Das ist wahre Kunst. Und führte zu dem nächsten Punkt vielleicht sogar, zum Punkt Nummer sieben. Liebe wird als eine Herausforderung für das Individuum betrachtet, da sie uns mit unseren eigenen Schwächen und Unsicherheiten konfrontiert. Das hat mit dem sechsten Punkt und dem fünften Punkt sehr viel zu tun. Liebe erfordert Mut, Verletzlichkeit und die Bereitschaft, sich dem Unbekannten hinzugeben und sich da hinzuzufügen, sich dort zu fügen und somit sich auch einzuschränken vielleicht. Die Unsicherheit und die Schwächen, die wir da haben, die schränken uns ein. Denn Verletzlichkeit schränkt uns ein. Das heißt, wenn wir uns aber öffnen, welche Gunst dadurch entsteht zum Leben, ist unglaublich. Wir werden dann kreativ. Wir finden heraus, wie wir Liebe weiterhin bestehen lassen können, obwohl wir diese Schwächen haben. Und Nummer acht. Die Bedeutung der Selbstüberwindung in der Liebe ist unermesslich wichtig. Durch die Liebe können Menschen sich über ihre eigenen Grenzen hinaus entwickeln und ein höheres Ich, eine höhere Stufe der Selbsttranszendenz erreichen. Was ich damit meine? Ich wusste noch nicht, wo ich hinkommen würde. Aber etwas in mir hat gesagt, geh dorthin. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich selbst nochmal neu entdeckt. Ich wurde herausgefordert. Ich habe gesehen, dass ich nicht genug bin, um ihre Liebe zu erlangen. Und doch da war sie. Ganz plötzlich. Mein neues Ich wurde herausgekitzelt. Durch etwas, was ich geliebt habe. Und ich wollte dieser Liebe gerecht werden. Und da kam ich nochmal auf. Etwas Größeres als das, was ich vorher war. Wie ein Kokon, den ich aufschnitt. Und da trat ich wieder ins Leben zurück. Schattig war es vorher. Ich habe in der Dunkelheit meine Stärken gefunden. Und diese dann in die Welt entpuppt. Und ich bin endlich zu einem wunderschönen Schmetterling geworden. Und apropos Schmetterling. Hast du gewusst, dass Schmetterlinge ihre eigenen Farben nicht sehen können? Aber dafür können wir sie sehen. Die Schönheit der Schmetterlinge. Manchmal bist du ein Schmetterling, aber weißt gar nicht, wie schön du erstrahlst. Das ist so unglaublich schön. Und oft sehen andere deine Schönheit. Du musst sie nicht selbst sehen. Manchmal bedarf es einfach nur den Augen deiner Liebsten, um deine Schönheit entpuppen zu lassen. Wie wundervoll ist das? Doch warum in Herrgotts Namen die Liebe? Was ist da der Grund? Hier ein paar Punkte dafür, warum Liebe so wertvoll ist. Und jetzt wirst du mir sagen, kenne ich doch schon, weiß ich doch schon. Hör sie dir einfach nochmal an. Lass es dir auf deine Hirnrinde und auf deinem Herzen zergehen. Warum ist Liebe so eminent wichtig? Liebe kann ein tiefes, emotionales Wohlbefinden und Glück sein vermitteln. Sie kann positive Emotionen wie Freude, Zufriedenheit und Geborgenheit hervorrufen. Sie kann somit natürlich auch dich nicht nur glücklich machen in dem Moment, sondern sie kann dich nachhaltig glücklich machen. Wie genial ist das bitte? Nummer zwei. Die Verbundenheit, von der wir die ganze Zeit auch schon gesprochen haben, ist etwas, was uns Menschen so viel Kraft gibt. Zusammen sind wir unendlich stark. Wir können durch die Hölle gehen, wenn wir Selbstliebe entdeckt haben für uns. Wir können durch die Hölle gehen, wenn wir mit unseren Liebsten wissen, wohin wir wollen. Wir können durch jeden Streit, durch jeden Konflikt gehen. Wir beide wissen, ich liebe dich, du liebst mich. Liebe ermöglicht eine enge Bindung zu anderen Menschen. Sie schafft soziale Verbundenheit, Nähe, Intimität, die ein grundlegendes menschliches Bedürfnis sind. Nummer drei. Unterstützung und Sicherheit. In liebevollen Beziehungen finden Menschen Unterstützung, Trost, Sicherheit. Liebe bietet ein Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen und Zusammengehörigkeit. Nummer vier. In der Liebe finden wir vielleicht unseren Sinn des Lebens. Liebe verleiht dem Leben einen Sinn und einen Zweck. Sie kann dazu beitragen, dass Menschen sich gebraucht und wertgeschätzt fühlen, indem sie sich um andere kümmern und fürsorglich sind. Und warum ich diesen Punkt so derart mag und auch in dem Vergleich aufschreien muss, ist, es gibt so viele Menschen, die sagen, guck nicht ins Außen, bleib bei dir, bleib bei dir, bleib bei dir. Aber kaum gehen wir als halbe Misanthropen in die soziale Welt, lieben wir ganz plötzlich das, was wir bekommen. Weil in dem Moment, wenn die anderen Leuten helfen, gebraucht werden, sind wir ein Teil der Gesellschaft, ein Teil einer Gruppe. Und zack, so haben wir sofort eine Hormonausschüttung namens Oxytocin. Wir haben sofort eine Hormonausschüttung in Sachen Dopamin, weil wir ein nächstes Ziel haben, den Leuten zu helfen. Wir dürfen das Ganze natürlich auch nicht verwechseln mit diesem Gutmensch-Jesus-Komplex. Wir sollten aber auf jeden Fall wissen, dass wir lieben können, ohne geliebt zu werden. Aber Achtung. Wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir Liebe nicht empfangen. Eine kleine Schattenseite. Nummer 5. Selbstentwicklung und Wachstum. Durch liebevolle Beziehungen können Menschen ihre Selbstentwicklung und ihr persönliches Wachstum absolut fördern. Liebe kann uns dazu ermutigen, uns selbst zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen und uns weiterentwickeln. Nummer 6. Es wurde ganz klar gezeigt, dass Liebe positive Auswirkungen auf unser körperliches und psychisches Empfinden darauf Auswirkungen hat, ja, auf unsere Gesundheit. Liebe kann Stress reduzieren, das Immunsystem stärken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Nummer 7. Lebenserfüllung. Ja, Liebe trägt zur Lebenserfüllung bei. Ganz klar. Auch mit dem Thema Zweck und Sinn. Gar keine Frage. Aber Sinn und Zweck und Erfüllung sind zwei unterschiedliche Baustiefel. Sie bereichert das Leben, die Liebe. Liebe verleiht diesem Leben Bedeutung und ermöglicht es den Menschen, bedeutungsvolle Verbundenheit, Verbindung und Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Klar, was wir vorhin schon ausdrücklich gesagt haben. Letzter Punkt, der achte Punkt. Liebe spielt eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung. Wir dürfen das nicht ignorieren. Familiengründung. Das können nicht immer andere übernehmen. Das müssen wir übernehmen. Und wenn wir diese Art der Liebe mal erfahren haben, was das bedeutet, dann sind wir ein ganz anderer Mensch. Wir können uns mit anderen Gleichgeschlechtlichen verbinden. Aber die Liebe zu jemandem zu haben, der die wahre Mutter, der wahre Vater ist von dem eigenen Kind, ist was ganz anderes und das darf uns nicht weggenommen werden. Diese Liebe ist einzigartig in dem Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt. Manche mögen sie, manche nicht. Aber hierbei geht es um die Verbundenheit. Und das zu ignorieren, ist unmenschlich. Es gibt Verbundenheit zum Menschen, und es gibt Verbindungen, die biologisch so alt ist, dass man sie nicht ignorieren kann. Ja, das zum Thema, warum die Liebe. Doch jetzt gehen wir mal über zu einem weiteren Punkt, den ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Schattenseiten der Liebe. Und warum finde ich den schön? Erst an dem Tag, als ich die Schattenseiten der Liebe, die Schattenseiten meiner selbst kennengelernt habe, wurde Liebe noch heller und konnte somit den Schatten auch überbieten und verdrängen. Und genau das ist es. Wird es so strahlend, so schön, dass du den Schatten deiner selbst und den Schatten anderer, manchmal sogar mit einem bloßen Antlitz, einfach davon jagst. Deswegen solltest du hier unbedingt mitschreiben. Acht kleine Punkte, was die Schattenseiten das Schlimme an der Liebe sind. Und wenn du sagst, die hast du nicht, dann lügst du dich an. Und das ist viel schlimmer. Öffne dich diesbezüglich. Ich rate dir, lass dich nicht verschlingen von dem Abgrund. Schaue hinein, werde zum Abgrund oder finde in dem Abgrund, wenn du ihn nicht ignorierst, das Licht, was du suchst. Der erste Punkt von den Schattenseiten der Liebe ist der sogenannte Herzschmerz. Liebe kann zu intensiven, emotionalen Schmerz führen, wenn eine Beziehung endet oder unerwidert bleibt. Der Verlust oder die Ablehnung eines geliebten Menschen kann zu großem Leid und zu Trauer führen. Man sagt auch, einer der schlimmsten Leide, des Schmerzes, den man erfahren kann im Leben, ist der Verlust eines geliebten Menschen, eines Partners vor allem auch. Es ist unersetzlich, was davor diese Partner uns gegeben hat. Einerseits ist es sogar fast schon egoistisch, dass man noch mehr haben möchte. Aber die Gier des Menschen, die ist nicht nur in die schlechte Richtung, sondern auch in die gute Richtung wertvoll. Und sie macht uns auch unter anderem, wie bei Punkt 2, abhängig. Anstatt abzuhängen, werden wir abhängig. Punkt 2. Liebe kann dazu führen, dass Menschen emotional abhängig von ihren Partnern werden. Dies kann zu einem Verlust der eigenen Identität führen und der Verlust der Autonomie, wenn die Bedürfnisse und das Glück ausschließlich von den Beziehungen, die sie hegen und pflegen, abhängig ist. Und einerseits kann man natürlich auch sagen, was heißt das denn genau? Einmal wollen wir vielleicht nicht abhängig sein, aber andererseits wollen wir es doch. Es ist, glaube ich, eine gesunde Mischung aus beidem. Es darf ambivalent bleiben, aber dieses Abhängen finde ich besser als abhängig sein. Wenn man dem Partner sagt, ich brauche dich, aber nicht auf eine defizitäre Art und Weise, dann verliert man ihn nicht. Da verliert man sich selbst nicht. Man behält seine Identität und sagt, so wie Winnie Pooh eines Mal in einem Film von ihm, er ist mit Christopher durch die Stadt gelaufen und da war ein Luftballon. Und da sagt der Winnie Pooh zu Christopher, da ist ein Luftballon. Und da sagt Christopher, aber du brauchst den Luftballon nicht. Und da sagt der Winnie Pooh, aber ich will ihn. Das ist ein Unterschied, jemanden zu brauchen und ihn zu wollen. Manchmal sagen wir, ich brauche dich, aber wir entscheiden uns, eine Person zu wollen. Doch die Schattenseite ist, wenn wir etwas brauchen und es nicht im Sinne des Wollens titulieren, sondern eine Abhängigkeit aufgebaut haben, dass wir dadurch uns selbst verlieren. Nummer drei, Liebe kann zu Eifersucht führen und diese hervorrufen. Insbesondere, wenn es Unsicherheiten oder Vertrauensprobleme in einer Beziehung gibt. Ich habe das selbst schon mal erfahren, so eine Art Schwebezustand, wenn eine Partnerin sich nicht entscheiden möchte. Wenn man sich selbst nicht entscheiden möchte. Man darf sich auch fragen, bin ich derjenige, diejenige, die sich gerade nicht entscheiden möchte und deswegen auch die Person vor mir. Ich habe das auch zu Genüge am eigenen Leid gespürt. Wenn ich nicht sicher war, war sie auch nicht sicher. Wenn ich meine Unsicherheiten ausgedrückt habe, hat sie sie umso unsicherer gefühlt in meiner Gegenwart. Und diese Unsicherheit, die frisst einen von ihnen auf. Und bei Eifersucht genauso. Wenn du unsicher bist, eifersüchtig wirst, was passiert mit der anderen Person? Sie fängt an, dich abzustoßen. Sie will dich nicht mehr. Dadurch entstehen Misstrauen, Spannungen. Es wird nicht angesprochen. Man sagt ja, Vertrauen kann nur entstehen, wenn die andere Person mich einfach gehen lässt. Aber was ist, wenn die Person gerade versucht, ihre Eifersucht nicht nur darzustellen, sondern ihr Gefühl zu einer Situation und du sie damit abschließt und sagst, komm damit klar. Nein, so funktioniert Liebe nicht. Liebe ist genau das Gegenteil. Liebe erlaubt es dir und der anderen Person, sich aussprechen zu können. Weil wenn da nichts ist, wenn da wirklich nichts ist, dann sollte dir als nicht eifersüchtige Person Eifersucht nicht missfallen, sondern du siehst, dass die Person sich gerade öffnen möchte. Was ist, wenn da etwas viel Größeres dahinter steckt? Etwas Wundervolles. Wir sollten das unbedingt, unbedingt nicht ignorieren. Denn jedes Mal, und das sage ich vielen Männern draußen, jedes Mal, wenn eine Frau sich dir gegenüber öffnet und ihre Gefühle darstellt und du genervt bist, bist du genervt, weil du es nicht handhaben kannst. Dabei sagt sie nur eines, hör mir zu. Und sie sagt nicht nur, hör mir zu, sondern sie fühlt sich durch die bloße Anwesenheit deines Ohres, fühlt sie sich geborgener. Sie will nicht nur körperliche Sicherheit von dir haben und finanzielle Sicherheit, diese Frau. Sie will emotionale Sicherheit. Also die Kehrtwende von Eifersucht und die Offenbarung von Gefühlen, vor allem von dem weiblichen Geschlecht, ist, dass er vielleicht genervt ist dadurch und somit noch mehr Unsicherheit in emotionaler Ebene erschafft. Also folglich, alle Männer da draußen, Achtung, und ach, alle Frauen, bei denen die Männer sich dir gegenüber öffnen, sie öffnen sich. Tritt nicht auf diese Gefühle. Hör ihnen zu. Nummer 4. Manchmal kann Liebe dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zugunsten des Partners oder der Beziehung opfern. Dies kann zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung und zu einem Verlust des persönlichen Glücks dann führen. Du vergisst dich selbst. Das kenne ich auch zu gut. Ich habe mich oft auch vergessen. Ich dachte, ich muss leisten. Doch ja, ich musste auch leisten. Aber um ein besserer Mensch zu werden für mich selbst. Und kaum habe ich das gemacht. Kaum habe ich gemerkt, wie schön ich doch selbst bin, habe ich viel schönere Menschen auch angezogen. Ja, und diese anderen schönen Menschen, die ich zuvor angezogen hatte, naja, die hatten was Besseres verdient. Ich wusste, welche Fehler ich gemacht hatte. Erst im Nachhinein. Und das ist tragisch, weil ich mich aufgeopfert hatte. Das fühlt sich am Anfang gut an. Aber gegen Ende wird es der Grund sein, warum du gehst. Nächster Punkt. In Liebesbeziehungen können unmenschlich schlimme Konflikte und Streitereien Streitigkeiten auftreten. Und diese Streitigkeiten sind so zehrend an Energie. Unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartungen und Kommunikationsprobleme können zu Konflikten führen, die Beziehungen belasten. Und nochmal hier. Demnächst wird wieder ein Workshop diesbezüglich stattfinden. Schau da gerne rein. Streit muss nämlich nicht sein. Und alles, was dich reimt, ist gut, wie du offenbar merkst. Also nochmal. Am, ich glaube, 13.7. ist der Nächste. Aber jetzt genug von der Werbung. Hör den nächsten Punkt an und vergewissere dich, warum Liebe manchmal auch eine weitere Schattenseite hat, die du, na, die du wirklich, da musst du wirklich für dich bereit sein. Liebe macht Menschen verletzlich. Das Öffnen des Herzens und das Zulassen von emotionaler Nähe können, müssen aber nicht, können dazu führen, dass man sich selbst sehr verletzlich fühlt und Angst vor Verletzungen oder Enttäuschungen aufbaut, danach hat. Und Menschen machen das gerne. Sie treten gerne drauf. Sie haben dadurch ein Machtgefühl, was wir vorhin gesagt hatten. Aber es geht nicht um die Verletzlichkeit per se, sondern wir müssen hier unterscheiden, was ist Verletzlichkeit und was ist Schwäche. Verletzlichkeit ist, wenn man seine Emotionen zulässt und diese gegen einen verwendet werden kann. Schwäche wiederum ist, wenn man die ganze Zeit jammert. Das ist Schwäche und das mögen unsere Mitmenschen nicht. Wenn meine Freundin sagt, ich brauche deine Hilfe, ist es keine Schwäche. Es ist auch keine Verletzlichkeit. Sie bittet mich um Hilfe. Das ist ein Unterschied. Aber sie zeigt sich dadurch emotional natürlich auch irgendwo angreifbar. Also wirklich kann ihre Hilfe, die sie sich sozusagen wünscht in dem Moment. Meine Hilfe zu ihr. Eine Verletzlichkeit darstellen. Aber dass sie fragt, ist nicht gleich Verletzlichkeit. Schwäche wäre es, wenn ich ständig rumjammern würde, wenn ich ständig Probleme hätte, die sie nicht lösen möchte. Aber wenn man zum Beispiel sagt, du, da bin ich verletzlich, das tut mir weh, emotional bin ich da nicht gut drauf, aber ich löse das. Ich kriege das hin. Wie kriegen das hin? Das ist keine Schwäche. Das ist was gänzlich anderes. Es ist Verletzlichkeit, aber auch Stärke. Dazu zu stehen, Verantwortung zu tragen, ist absolute Stärke. Nochmal, Stärke, Verletzlichkeit und Schwäche. Das sind unterschiedliche Paar Stiefel. Die sollten wir unterscheiden, die drei. Aber durch Verletzlichkeit, das Darstellen dieser, durch die Courage, die man hat, durch die Verantwortung, die man trägt, das da hinten, das ist die Stärke. Schwäche zuzulassen, ist keine Stärke. Doch was kann uns die Liebe noch rauben, was wir alle als Singles so gerne haben und es nicht loslassen wollen, aber es trotzdem tun? Oftmals. In manchen Fällen kann Liebe dazu führen, dass Menschen sich in ihrem Handlungsvermögen, ihren Möglichkeiten eingeschränkt oder in ihren Entscheidungen beeinflusst sich führen. Die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten einer Beziehung können die persönlichen Freiheiten stark einschränken, müssen sie aber nicht. Und last but not least, Nummer 8. Manchmal kann es in einer Beziehung ein Ungleichgewicht geben, wenn eine Person mehr Liebe gibt als die andere. Das ist super subjektiv und es aus den eigenen Augen immer zu bewerten und das ist sehr schwierig. Dies kann natürlich auch zu Frustration führen, Enttäuschung und einer einseitigen Beziehungsdynamik. Und wenn man etwas sich wünscht, kann man Erwartungshaltung kommunizieren. Achtung, Erwartungshaltung. Ich habe eine Haltung dazu. Und das kann man auch formulieren. Du, ich fühle mich da und da nicht wirklich abgeholt. Ich fühle mich da und da nicht wirklich geborgen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Magst du mir dabei helfen? Kannst du da ein Augenmerk drauf tun? Kannst du aufhören, deine Ex-Freundin zu schreiben, weil mir das weh tut? Ist es für dich eine Möglichkeit? Lass uns darüber reden, was mich da in dem Fall stört. Vielleicht hat es damit was irgendwie zu tun mit meinem Ex-Freund. Ich kenne deine jetzige Partnerin nicht, deine Ex-Partnerin oder und deinen Ex-Partner und so weiter und so fort. All das kann besprochen werden. Manche sagen ganz klar, das wollen sie nicht. Und dann gibt es ganz klar die Möglichkeit, entweder einen Kompromiss daraus zu schließen, dem nachzugehen, wenn man das in dem Fall entbehren kann, oder die Beziehung dementsprechend aufzulösen, weil es Grundpfeiler sind und man dementsprechend auch, wenn man dann ganz klare Grenzen setzt, auch bereit sein muss, die Person dann gehen lassen zu können. Wenn man das nicht ist, dann entstehen Unausgewogenheiten in einem selbst, weil man Grenzen nicht klar dargestellt hat. Doch bevor wir hier mit den Schattenseiten enden, will ich dir noch weitere acht wertvolle Tipps zum Thema Liebe geben, die ich aus recht wunderschönen Büchern rausgezogen habe und fangen wir bei dem ersten Punkt an. Lasse dich auf die Möglichkeit ein, dich zu verlieben und geliebt zu werden. Wie bei Romeo und Julia kann die Liebe überraschend und leidenschaftlich sein, wenn man sich dieser öffnet. Nummer zwei. Stolz und Vorurteil lehrt uns, dass Vorurteil und voreilige Urteile uns daran hindern können, die wahre Liebe zu erkennen. Ich glaube, Voltaire hat es mal gesagt, ich glaube, der, ach, wie hat er es gesagt? Vernunft ist des Glückes Tod. Und wir können theoretisch auch da des Glückes Tod und einfach austauschen mit Vernunft ist der Liebestod. Sei bereit, über äußere Unterschiede hinwegzusehen und die wahren Qualitäten einer Person kennenzulernen. Vielleicht ist es wirklich auch die Biologie, die sich anfänglich anzieht, aber nicht die Chemie bloß, sondern du weißt, da steckt mehr dahinter. Und vielleicht wollt ihr euch entscheiden, sogar zu der Person zu werden, die euer Partner haben möchte. Nummer drei. Schätze den Moment. Die unerträgliche Leichtigkeit. Die unerträgliche Leichtigkeit. Ich muss nochmal unterschreichen. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins lehrt uns, dass die Liebe im Hier und Jetzt gelebt werden sollte. Genieße die Liebe und sei präsent in den Momenten des Glücks und der Verbundenheit. Zwar kannst du dir eine Zukunft mit der Person vorstellen und die beseelt dich auch. Und die kannst du jederzeit in die Gegenwart herbringen und dann dich fragen, was könnte eine jetzige Entscheidung von mir alles in der Zukunft verändern? Und dann merkst du recht schnell, wow, die Liebe, die in der Zukunft auf mich wartet, bedarf dieser jetzigen Entscheidung. Es ist manchmal sinnvoll, in Ergebnissen zu denken, aber du solltest die Aktion nicht in die Zukunft verlagern, sondern in dem Hier und Jetzt. Nummer vier. Folge deinem, genau, Herzen. Die Geschichte der Liebe erinnert uns daran, dass die Liebe manchmal unerwartet kommt und unser Leben auf den Kopf stellen kann. Vertraue also deinem Herzen und erfolge den Signalen der Liebe, auch wenn es manchmal riskant erscheint. Was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Du weißt aus anderen Podcast-Folgen von mir und auch aus meinem Instagram, dass ich das Wort Herz sehr gerne in dem Fall mit dem Gefühl in Verbindung bringe und folglich auch nicht alleine stehen lasse. Kopf und Herz ist wichtig. Denk drüber nach und lass dich aber trotzdem darauf ein. Schau, dass du Courage zeigst und dich trotzdem beschützt. Deine Gedanken sind zu deinem Schutz da. Deine Emotion ist dafür da, damit du diese Mystik dahinter einfach für dich validieren kannst. Nummer fünf. Kämpfe für die Liebe. In vielen Liebesgeschichten, einschließlich Rom und Julia, sehen wir, dass die Liebe nicht immer einfach ist. Es erfordert Mut, Entschlossenheit, für die Liebe zu kämpfen und Hindernisse zu überwinden. Das wurde mir auch jetzt schon bewiesen. Oftmals. Und ich kann das auch nicht mehr ignorieren. Es ist wichtig, sich selbst zu verändern dafür. Es ist wichtig, über seinen Schatten drüber hinaus zu schauen. Es ist wichtig, Streitereien nicht als Streit in dem Moment anzuerkennen, sondern auch zu verstehen, dass Streit einen Übeltäter, einen Ursprung hat. Und den finden wir in der Liebe gemeinsam heraus. Und die andere Person ist nicht alleine. Deine Probleme sind auch meine Probleme, denn sie halten dich davon ab, mich zu lieben und sie halten mich davon ab, dich lieben zu dürfen. Nummer 6. Zeige ständig Wertschätzung. Nimm dir die Zeit, um deinen Partner, deiner Partnerin oder deine, ja, deine Liaison, ganz gleich, woher die Liebe jetzt kommt. Oder auch zum Beispiel Liebe zu deinen Kindern, ja, zu schätzen und ihnen deine Liebe regelmäßig zu zeigen. Kleine Gesten zur Zuneigung, zur Aufmerksamkeit können eine große Wirkung haben, ja, und das ist so, so schön. Denn, stell dir mal vor, du hast einfach herausgefunden, was deine Partnerin möchte und, oder dein Partner. Und es sind einfach Blumen. Dann, jag doch den Gedanken zum Teufel. Erst muss sie mir was bringen oder er, dann kriegen sie erst wieder Blumen. mach das doch einfach zu deiner Routine. Lass, lass doch einfach Liebe zuhauf da sein. Und wenn diese Liebe verziehen sollte, weil du zu häufig etwas bringst, jede Woche einmal oder jeden Monat einmal, dann muss ich ehrlich sagen, was ist das für eine Art der Liebe? Dann war es doch einfach nur der Stress, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und Nummer sieben. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend und zwar period für eine gesunde Beziehung. Lerne aus den Missverständnissen, Achtung, und Fehlern der Charaktere in den Büchern, die du in Zukunft lesen wirst. Und bemühe dich, gut zuzuhören und deine eigenen Gefühle darzustellen. Diesen Ausdruck zu verleihen, Achtung, intellektuell Ausdruck zu verleihen, nicht einfach so riesgremig, missgünstig, ja, 97 Prozent aller Streitereien sind Missverständnisse. Ganz klar. Es gibt wenig bösartige Streitereien. Es sind lediglich oberflächliche, die sich bösartig anfühlen. Und das Erste, was wir als egoistische, egozentrische Wesen sagen, ist, ich habe etwas Besseres verdient. Ja, dann verhalte dich besser, du Kuh, ja, oder du blödes Arschloch. Verhalte dich besser. Es beginnt bei dir. Und Achtung, auch wenn dein Partner dir zehnmal etwas in den Kopf geschmissen hat, es beginnt bei dir. Und das lernst du auch in diesem Workshop, von dem ich spreche. Das lernst du bei meinen Coachings auch. Es beginnt bei dir. Halt nicht deine weitere Backie hin. Es beginnt bei dir. Halt deine Hand hin. Zeig sie offen. Lad die Person ein. Und Nummer Acht, überwinde dann die Angst. Überwinde die Angst, dass du verletzt wirst. Es ist so wichtig. Das nennt sich Courage. Alles andere ist Verbitterung. Also du hast mitbekommen, es gibt viele Punkte, die hier so wichtig sind. Und ich möchte heute mit einem kleinen Zitat abschließen. Es gibt immer etwas Wahnsinniges in der Liebe, aber auch immer etwas Vernünftiges. Genieß die Zeit mit dem Thema Liebe. Genieß die Zeit mit dem Thema Selbstliebe. Weil diesen ganzen Podcast kannst du nur mal anhören und dich fragen, was hat all das mit mir zu tun? Manchmal kommen Leute auf mich zu und fragen mich, wann finde ich den richtigen? oder die Richtige? Ich habe mich schon lange gefragt, warum ich diese Frage so dämlich finde. Und die Antwort ist, weil diese Frage dämlich ist. Du suchst nicht die Richtige oder den Richtigen. Du suchst dich erstmal und baust dich zu dem Richtigen oder die Richtige. Sodass diese anderen Personen dich überhaupt sehen können in deiner glorreich, liebevollen Kompetenz mit dem Leben umzugehen. auch die Richtigen zu dem Leben Ja, ? oder? oder? Ja. Das war's, das war's.